ich habe jetzt mal so richtig bock richtig bock auf hexen ich hab mal bock auf hexen guten tag hier ist der gusua es gibt wieder um nettes zeug von mir aber ha auf auf single das ist ganz schön fett zumindest mit barge ne also folgende sache es gibt wieder neues zeug von mir und aber nicht so viel also ach so nebenbei habe ich den ein oder anderen bug mitbekommen und zwar ich mache das mal hier groß zack guckt mal da wo fällt euch der bug auf und zwar hat mir das der denny geschickt und zwar oder denny der hat nämlich gesagt ich guck mal hier mein gold lager ist komplett voll obwohl ich halt nicht volle lager habe hat er sogar mit mehreren gezeigt und ja hat er mir mehrere screens geschickt ich hier hau mal den raus da genau dasselbe und dann da ebenfalls da sind zwei voll oder so gut wie voll und ja da ist momentan echt so ein bisschen der wurm drin rief mich auch gerade an und sagt erst mal hey du ich habe ein problem ich kann nicht mehr angreifen das heißt immer wenn er angreift stürzt das ipad oder eben boostex ab das ist natürlich sehr schön für einen der youtube macht sitzt natürlich da und denkst ja auch was soll denn der scheiß ah das fährt doch hier ganz nett wie gesagt mit barge ist natürlich immer so eine sache aber ich hau das mal raus also da wäre es natürlich dann auch wieder geil und deswegen habe ich halt eben auch überlegt halt wegen wegen elgato dass ich mir halt wirklich eine zulege beziehungsweise ja nova hat sich eventuell bereit erklärt und gesagt komm hier ich brauche meine elgato nicht ich bin mal gönnermäßig und hau dir mal eine raus und das wäre natürlich eben echt mega mal gucken wie das abläuft und dann schauen wir mal ob ich eventuell bald eine elgato zur verfügung habe das wäre natürlich ziemlich geil so hauen wir hier mal ein spell raus und jetzt wird schön ja genau das gold wollte ich haben auf jeden fall und ich würde gerne noch mal direkt reingehen komplett ich will noch nicht nein nein ich will noch nicht gehen ich will noch ein bisschen tanzen genau und zwar haben wir da das townhall weggeballert es ist mir ja nicht wirklich es ist mir nicht wirklich viel wert das townhall weil wie gesagt kristall bin ich da momentan ein bisschen also das ist nicht weiter schlimm aber ja ein bisschen loot wollte ich haben naja gibt auch bessere aber gibt natürlich auch schlechtere angriffe ich guck mal ich glaube ich will mal so ein bisschen richtig eskalieren ich will mal so ein bisschen richtig eskalieren und das werdet ihr jetzt gleich sehen ich habe jetzt mal so richtig bock richtig bock auf hexen ich hab mal bock auf hexen zack ja zack ja egal user gönnt sich so zack vollkommen egal drauf geschissen so ihr wollt auch ein bisschen was erleben deswegen braucht man ein bisschen was so ja barge nee wollen wir nicht wir bräuchten noch ein bisschen was was deft würde ich sagen oder ein golem selber kann logischerweise nicht mehr passen klar guck mal gerade vier ja wir hätten noch vier plätze frei das wäre eventuell noch ach komm hier haben wir noch vier boogies rein und dann passt das so und nebenbei bilden wir dann nochmal den rest aus nochmal nebenbei ein bisschen werbung für meinen anderen kanal gemacht ja wenn ich es nicht vergessen sollte haue ich das hier auch gleich mal so so als bildchen mit rein ich habe es doch mal wirklich wieder auf dem real free style channel hinbekommen und mal gezeigt wie weit ich momentan bei meinem ausbau vom haus bin wenn euch das interessiert einfach mal beim real free style channel vorbeischauen ohne scheiß das wäre mega das wäre richtig mega aber ich glaube nicht dass ich das hinkriege dass ich da irgendwie rankomme aber hier das wäre richtig ultra aber hier die egal kommt kommt leute auch wenn ich es verkacke egal wir gönnen uns das jetzt hier echt zack richtig amok ich wollte einmal hier richtig loslegen und das machen wir jetzt hier hier wird richtig rage mäßig abgegangen ja alter ich finde ihr seht es wieder einfach so wie es abgeht ich mag das alter zerfetzen die jungen nein böse ins gesicht und die skelette fliegen oh tut uns gar nicht leid und auch nicht weh ganz klar da gehen natürlich ein paar hexen drauf okay aber ich guck grad mal cb mäßig was wo wo hatten der seine cb habe ich die schon auseinander gesplasht oder was oh jetzt jetzt der der inferno ah wenn der ein paar hexen erwischt dann rasiert der hier richtig ja das ist glaube ich der der fail auf jeden fall in dieser serie hier aber die sind ja richtig gut reingehüppelt würde ich sagen das war ja ziemlich nice das gucken wir uns gleich nochmal an ja ich gebe aber egal was soll's das darf auch mal gezeigt werden auf jeden fall aber die sind ja richtig gut reingegangen ich meine ich hatte natürlich den nachteil definitiv dass ich halt keine keine helden dabei hatte aber ganz ehrlich den gebe ich mir jetzt nochmal ganz kurz wo hatten wir seine cb bin ich blöd ah da hat er das ich dachte mir wo hat denn alter verwalter geht das los ey also es ist ein fail ganz klar okay hier ist noch alles easy hier das passt echt noch richtig richtig gut hier ich hätte halt wirklich was zum tanken gebraucht ganz klar aber das war mir von anfang an bewusst ist und hier auch noch alles gut hier auch noch wo die skelette geflogen sind kein thema aber hier halt wirklich das big big problem das halt wirklich der inferno halt direkt auf die hexen gegangen ist und die hexen so schnell gar nicht mehr skelette spawnen konnten weil die dann halt noch echt noch hier hin gelaufen sind und so schnell einfach nicht mehr spawnen konnten aber das war natürlich richtig richtig fett ganz ehrlich ich muss ja mal sagen ich habe da ja gerne nochmal bock drauf ey ich gönne mir das nochmal ist mir scheißegal kommt Leute da wie gesagt dafür ist es da ja es wird eine hexen party ja und dann ist das in ordnung so und dann muss aber auch wirklich der ach kommt Leute haltet mich lichtle ruft gerade an lichtle du bist gleich offiziell im video hast du es hinbekommen mit einem bug ne okay du bist gerade im video ja ok ich mach kurz bildschirmübertragung an weil ich gleich mit hexen angreife ah ok cool ja ok ich habe gerade richtig richtig verkackt bei einem angriff aber es ist total egal ja 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 aber vollkommen egal das ist passiert äh ja also ich habe jetzt mit meinen helden gejammt äh dass der wieder dabei ist dass der ein bisschen dev auf sich nehmen kann und ich habe jetzt 15 15 hexen dabei und jetzt guck ich mal gerade egal Julu ja tu das du sitzt unter deinem tisch nebenbei könnte man ja ganz dekadenter weise ach kommt Leute egal egal heute heute ist mir alles egal ist alles egal gut ich bin ja ich habe gerade meine queen ich habe meine queen gerade gejammt aber egal ui 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 ja ui 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 ja 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 ich weiß ich weiß aber ähm ja mit den invite codes momentan von app bounty das lief ganz gut also vielen vielen dank dafür an alle die über mich das app bounty runtergeladen haben und von daher kann man sowas auch mal bringen jo cool ne und ganz ehrlich du weißt selber wozu bringst wenn du irgendwie 1500 gems hast ich meine dann willst du auch mal raushauen ja klar ja man darf auch mal abliefern ganz einfache sache own town hall 8 ja aber mittlerweile bin ich auch nur wieder in oh na schau mal ich merke es ja selbst wenn ich viele gems habe möchte ich die raushauen wenn es dann wieder so auf die 5000 zu geht dann denke ich mir schon so scheiße ja es wird wieder knapp und dann spare ich und spare ich ja 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 ich weiß was du meinst aber guck mal was hat er ja er hat ein king auf 10 die queen auf 10 aber die infernos stören mich halt weil ich hätte jetzt hier hätte ich schon gerne ein bisschen was loot ja das ist schon mega aber in drinnen ist ne ich glaube du hättest das sogar geschafft ja komm 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 das ist schon hast du ein golem dabei ne das ist es ja das einzige was wirklich tankt ist wirklich der king ich meine mit 25 kriegt der ja auch schon ein bisschen was hin ganz klare geschichte aber ich hätte die jetzt nicht wieder komplett ins verderben laufen lassen wollen gut also ich kann empfehlen wenn du mit hexen angreifst äh dann musst du unbedingt ähm golems mitnehmen 2-3 stück damit die tanken und die golems die sind halt jetzt nicht da es tut mir leid ich habe sie nicht die tanken wir uns jetzt einfach mal rein ähm geht nicht so hier jetzt haben wir hier 300k äh fast 400k gold guck mal wir haben townhall neun gegner ach jolo wir gehen jetzt hier rein wir haben schon mal keine infernos hier die minenwerfer ach komm hier von einer seite hier komplett hier könnte zwar eine riesenbombe sein aber egal ne ich schau erstmal mit einer hexe ob genau schau erstmal ob riesenbomben da sind und dann erstmal gucken hier so ein bisschen vorschauen und machen und tun hier weil hier denke ich mal aber ich hau mal mit dem king genau ich hau mal den king raus hier schau mal ja also da ist nichts also können wir da richtig lang rotzen oh yeah wie die ey es ist so geil wie die einfach mal spawnen die skelette das ist richtig episch jetzt gucken wir mal ob es besser wird hier king wird erstmal geraged und hier drin auch nochmal ein rage spell ja nett ah die kommen nicht grad echt nicht hier so jetzt sind sie endlich durch die mauer durch ich wollte grad sagen die sind nicht so ganz schnell aber das passt eigentlich hier noch ah wo greifen wir an es ist echt in ordnung hier habe ich noch drei hexen jetzt oh richtig der wut macht bei den hexen richtig was aus das war zweites goldlager down jetzt hole ich mir noch das dunkle wow was redest du grad mit mir wow ich war grad ich schneide grad video deswegen ich bin nur grad voll im angriff oh nice wieviel ressourcen hast du gezogen äh na beide goldlager habe ich ist jetzt nicht so der knuller aber die hexen ja du hättest die andere rados 10 base angreifen sollen aber wie gesagt also ich muss ja echt sagen mir fehlen halt wirklich die golems also zum zum tanken werde ich auf jeden fall dann nochmal machen äh im nächsten video und äh aber finde ich auf jeden fall mega nice dass die so gut abgehen auf jeden fall da weil ich ja die hexen sonst echt total vernachlässigt habe ja komm ey 200k gold ich meine klar wenn ich überlege was ich für die hexen rausgeballert habe aber ganz ehrlich komm jeder will mal so ein paar schräge angriffe sehen also von daher passt das ja das war's von uns ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr beim lichtle vorbeigucken wollt der macht auch so ein bisschen coc wenn ihr ihn noch nicht kennt dann habt ihr youtube irgendwie verpennt aber gut und normalerweise rülpst er nicht in aufnahmen ich hab noch nicht damit gerechnet dass ich jetzt live bin genau das war's von uns und wir wünschen euch was haut rein ciao 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 ciao